Musik So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FTB Infinity Ja, wir befinden uns ja, wie in der letzten Folge, in meinem Haus Musik Wir haben ja hier dieses kleine Dorfbewohnerhaus gefunden Oder, äh, wie gesagt, Villageerdorf Und werden jetzt hier halt etwas weitermachen Ich hab mal so ein paar Fackeln gecraftet Um unser Haus mal ein bisschen heller zu machen Ähm, ich werd, glaub ich, die vier nochmal dafür verbrauchen Viel davon zu machen Mal schauen, ich werd später wahrscheinlich auch mal versuchen, eine Query zu bauen Um, dass wir halt die Stroh, ähm, Rohstoffe alle so schneller reinkriegen Aber ich werd sowieso wahrscheinlich erstmal Mal auf den, ähm, Mod, ähm, Tamil Expensive spielen Weil der mich eigentlich sehr begeistert Ja, die Kacke ist es halt gerade Nacht Und wenn ich jetzt rausgehe Könnte ich sterben Und ich hab einfach nicht mehr die Felder Ah, ich komm mir Ständig mit der Tastenkombination durcheinander Ja, fall noch fast ein Loch Na, was ich in diesem Modpack mag Ist, dass ein Villager hier nicht so richtig geschützt hat In dem normalen Minecraft Nur oben haben wir, glaub ich, jetzt auch erstmal genug Wird man in Minecraft normal Vanilla mal sowas am Anfang drin Ja, das ist perfekt Gut, da sind wir wieder zu Hause Ich werd, glaub ich, nochmal einen zweiten Ofen craften Und die Heftige Kartoffeln braten Wollen wir noch Brot craften Vielen Dank So, nochmal fackeln. So, und jetzt gehe ich mal hier unten. Ja gut, ich glaube. Stopp. Ah. 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 Zweite Folge und schon so knapp am ersten Tod. Ah. 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 alles wieder da und hier erstmal gleich eine Fackel hinsetzen ich liebe es oh ich hab wohl vorhin hier die Kohle übersehen weil es hier so dunkel war ich glaube ich baue mich einfach mal hier so runter hab ich noch Fackeln? nein die kraft ich mir aber einfach schnell das essen werde ich auch hier 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 ja ich glaube ich werde auch hier unter Musik legen damit es für euch nicht so langweilig ist weil ich grad einfach nicht weiß was ich hier sagen soll aber ihr könnt mir ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben was ihr gerne mal für Let's Plays haben wollt vielleicht kann ich das dann mal einrichten und gucken ob ich die Spiele hab und es werden halt die Nächsten auf wieder Videos kommen mit anderen Leuten muss ich mal gucken mit wem muss ich mal gucken mit wem aber da wird sich bestimmt schon der ein oder andere finden hier gleich so richtig viel Kopper zu finden und Oranium aber das kann ich ja nicht abbauen und dafür brauche ich eine Eisen Pickaxe Liegt gut dass ich eine Werkbank dabei hab und sogar noch mein Eisen was ich geschmolzen hab das Oranium werden wir später nämlich noch gebrauchen können genau wie Tim ist auch gut hier noch ne Tim und noch ne Oranium ist auch gut Und jetzt Ich will einfach jetzt nochmal kurz gucken und dann werde ich auch glaube ich gleich erstmal nochmal hochgehen Na gut ich glaube ich gehe eher wieder hoch Was wir wirklich noch mehr gebrauchen könnten für Kohle Da ich jetzt einiges verbraten habe für die Fackeln Tim Und hier packen wir Orani Und dann gucke ich mal was wir für den Steam Dynamo brauchten Aber ich glaube da können wir noch nicht so viel machen Wir haben halt auch noch kaum noch Wood oder so Aber ich versuche jetzt einfach mal zwei davon So was, wir brauchen den Copper Gear Dann haben wir nämlich schonmal beide Copper Gears Silver oder Ja, Silver Und wir haben leider nur Tim gefunden Ja gut, mir wurde jetzt auch schon gesagt, dass damit die Folge vorbei ist Ich hoffe es hat euch gefallen Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao, ciao